Leute, heute Death by Daylight. Ich hoffe, ihr habt Bock, Leute. Ich wünsche es mir für euch, weil es gibt heute nichts anderes zu sehen. Ich hoffe, das ist was für euch. Das ist ja nichts für schwache Nerven. Aber zur Vorbereitung habe ich heute Mittag mal ein Bild von Yannis im Discord reingepostet. Ihr solltet alle abgehärtet sein. Ah, Vogel. Hey, wir sind ja in einem Haus. Was müssen wir denn jetzt machen? Ja, Generator reparieren. Warte mal, warte mal. Ja, 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 rein. It was at this moment that he knew. He fucked up. Run. Nein, Schwein ist bei mir. Nein, er hat mich. Was macht er mit mir? Ach so, ja, das ist eine Fähigkeit von ihm. Er macht diese Bärenfallen auf seinen Kopf. Warte, ich kann dich heilen, Bruder. Bleib stehen. Ah, das ist ein... Mann, ist das ein stressiges Game. Chat, die war zum Warmmachen. Nein. Alter, wie Georgi rumquietscht. It's Queechi, der neue Channel-Name. Oh nein, Achtung, das Schwein. Hol deinen Spezialkarabiner, er füll nix. Yannis, es wird Zeit, dass du Orbi zündest. Alter, mein Arsch so auf Grundeis. Ich hocke da mit Yannis an dem Generator. Und auf einmal kommt dieses Schwein um die Ecke, Bruder. Direkt Nasenbluten. Und, Georgi, erster Eindruck von Yannis geht so. Oh nein, wir haben den Demogorgon. Ich sitze am Generator. Nein. Ich danke ihm und allen Mitstreiterinnen und Mitstreitern. Nein. Ah, jester Kasse. Nein. Warte, ich muss wiggeln. Wiggeln. Der ist hinter dir her. Ich gehe hier lang. Ich komme, ich komme. Bleib steh? Ich mache doch gar nichts. Guck mal, wie langsam der Junge heilt. Oh, ich heil schon, Mann. Mach es schneller. Mach doch. Erik hat es erwischt. Scheiße, das hier. Warte, warte, warte. Lenk ihn ab. Ich hole Phoenix. Mit was soll ich denn den ablenken? Komm, ich heil dich mal. Da war die Umgebung. Oh, scheiße. Sorry. Ja, ich bin gestolpert. Nasenbluten. Da ist er. Vorsicht. Lauf, fuck, Jule. Lauf, mein Leben, Bruder. Lauf. Wie viel fehlen denn noch? Oh nein, der ist er. Nein. Renn, renn, renn. Hängen. Wie viele? Scheiße, ich bin. Man muss 5 machen immer. Aber es gibt mehr auf der Karte als 5. Warte, kommt die hin. Mit einer Falltieren kommen, wenn nur noch einer lebt. Ist die Generator? Die spawned random auf der Karte irgendwo. Die öffnet sich erst, wenn nur noch einer lebt. Oder man hat einen Schlüssel dafür. Das habe ich gesehen, ja. Oh. Was? Wie viele Reaktoren brauchen wir noch? Drei. Drei? Zwei brauchen wir noch. Zwei? Wo sind die denn, Mann? Der Profi, der da. Der Profi. Ich habe schon drei Generatoren alleine gemacht. Ich habe schon drei Generatoren alleine gemacht. Georgi, hinter dir. Fuck, Mann. Hinter mir, Georgi. Georgi. Oh, Georgi. Mach Totem. Das war Totem. Hat das auch Quick Time? Ja, in deine Richtung. Jetzt weiß er, wo du bist, weil du das zerstört hast. Warum sagst du mir das nicht vorher? Boah, das Game ist ja richtig nice, Leute. Boah, macht das Bock. Wie viel hast du für das Spiel bezahlt, Georgi? Bei Daylight auch für Instant Gaming für 5 Euro. Ich hoffe, ihr habt meinen Code benutzt, ihr Säcke. Mein Kater hat sich erschrocken, wo du rumgeschrien hast. Nein. Ich fühle mit deinem Kater, Bruder. Morgen schicke ich eine Runde Viscas für alle. Viscas. Viscas. Für nichts direkt. Viscas. Ja. Ich bin am Generator. Ich bin am Generator, Jungs. Halt die mir vom Leib. Ich bin noch dran. Ich habe die Hälfte von meinem. Ich habe die Hälfte, Jungs. Okay, läuft bei mir. Boah, Bruder, die Map ist noch voll groß. Ja, der ist eh freundlich. Die haben das immer so vertrauenserwecken. Wenn neben dem so ein Sprinter hält, komm, Jan, steig ein. Ich habe V-Bugs für dich. Ja, kommt rein, Leute. Der ist gut. Und jetzt? Ah, hier raus, oder was? Ja, gleich. Warte mal. Komm. Jetzt muss ich auflaufen. Komm, Janis. Hey. Wilde Runde, Bruder. Zeig mal alle Killer. Dann können wir später durchgehen sollen. Also lohnt es sich, dran zu bleiben, Bruder. Cliffhanger, ja. Direkt, Bruder. Ne, ich war einfach zu gut, Bruder. Zwei, drei Runden und Georgie ist einfach komplett überpowert. Direkt zwei Generatoren fertig gemacht. Und dann eins geworden mit dem Kornfeld, weißt du? Ich war so eins mit dem Kornfeld, Digga. Neben mir einfach Jürgen Dreefs. So, ich habe hier, ich habe schon einen Generator hier. Ach, da bist du ja. Okay. Guck mal, einmal mit Profis, ne? Ist der noch bei dir, der Killer? Ja. Okay, ich bin wieder am Reaktor, wo? Am Reaktor, Digga. Am Trans... Am Mann, an diesem Motor. Ich bin weg vom Dings. Ey, Mann. Der bappt an dir, Bruder. Wie die Motta am Licht. Ich gehe weg. Ich gehe wieder an. Ich bin wieder am Dings. Da kommst du dir, da kommst du dir. Ich bin nervlich ein bisschen belastet. Wo ist er jetzt hin? Hat ihn jetzt wieder gesehen? Ich stehe wieder am Dings, ne? Oh, der ist da hinten. Oh, ich stehe in den Reaktor. Vorsicht, der ist da bei dir, Digga. Der ist da. Janis, Vorsicht, der ist da bei dir. Ich bin dran, ich bin dran, Bruder. Komm schon. Ich bin dran, Junge. Ich habe es gleich. Mach dir eine Rater wieder kaputt. Was ein Kek, Digga. Ich habe es gleich, Junge. Er will mich gar nicht verringen. Okay, meiner ist fit. Er war jetzt hier bei mir. Er kommt jetzt wieder zu Erik rüber. Schalzi, machst du den Generator an? Ja, ja, ich gehe jetzt zum zweiten. Ich bin jetzt schon dran. Präpariere gerade. Okay. Alter, ich war doch drauf. Ich habe gleich die Hälfte. Mann, ey. Ich habe drei Viertel. Ich habe es. Ich finde den anderen Generator nicht. Ah, Falle. Schalzi, machst du den letzten Generator? Ja, wenn ich ihn finde. Ah, da ist er. Ja, man muss sich gleich holen, weil sonst bin ich tot. Warte, ich komme zu dir. Ich bin gleich da. Ich bin da, Bruder. Brudi, ich komme. Die Werte, rennen wir weg. Er kommt wieder. Generator ist gleich an. 3, 2, 1 und läuft. Janis, wo bist du denn? Ich gehe gerade zu einem Tor. Wo ist denn ein anderes Tor? Nein, ich gehe zum anderen Tor. Göttch, ich gehe noch zum anderen Tor. Wo ist das Tor denn? Nein, das ist doch eine Schnauze. Komm schnell, Brudi. Mach dich doch auf, Junge. Hab das auch gekriegt? Gleich. Wir sind noch dabei. Klisch. Mach jetzt. Der ist da. Ich habe es noch. Jawohl. Boah, Leute. Georgie, du musst die Ruhe selbst werden. War ich doch. Ich war komplett ausgeglichen. So, dann haben wir hier einmal den Trapper. Ja. The Nurse. Alter, mit einer Säge direkt. Lol, sogar ein Nemesis-Bruder von Resident Evil. Schlägt die Leute tot. Alter, wie ätzend ist denn die, bitte? Wird das langsam mal was? Ja, ich bin bereit. Ready drücken, ne? Ach so, war ich nicht. Boah, dieser Kek, ne? Hast du jetzt mal endlich bereit gedrückt, Digga? Ja. Meine Fresse, ey. Wer ist es? Das ist so. Nein! Äh. Nein! Nein! Nein, Sackgasse! Ah! Nein! Oh, nee. Es ist der Pyramidenkopf. Ja, es ist der Pyramidenkopf, Bruder. Der kommt voren. Nee, nee. Nein! Der hat einen Dreieger auf dem Schädel. Der jagt mich. Er ist ein Typ. Der ist relativ stark. Relativ. Der kann schießen. Was, Digga? Durch die Wand. Der hat mich. Der hat mich. Digga, der ist direkt neben dir, Bruder. Pass auf. Der kommt jetzt. Der kommt zu dir. Der kommt zu dir. Der kommt zu dir. Ja, versperr ihm den Weg. Oh nein, Alter. Das ist ein Schebep, Bruder. Der läuft rechts rum. Vorsicht. Alter. Ich dachte, er ist ein Idiot. Ich dachte, er ist ein Idiot. Sollen wir uns mal heilen hier gleich, Bruder? Direkt schön hell. Schön hell. Oh nee. Oh nee. Bitte sag das nicht. Der kommt da. Guck mal, der bringt den hierher zu uns. Ich habe den nicht mit Absicht eingeladen. Dieser 31er. Jetzt fängt der wieder auf. Wir kommen gleich, Erik. Wir kommen gleich. Bleib stark. Digga, der ist aber richtig busy, der Killer. Wo ist denn hier der Scheiß-Generator? Ah, hier. Ich bin an einem dran, Jungs. Er ist gerade mit mir beschäftigt. Okay. Ich repariere das Scheiß-Ding. Ich habe es gleich. Drei Viertel fertig. Oh, er kommt. Was, er kommt? Wohin? Ja, nicht zu uns. Was zu uns? Zu dir und mir? Nein, zu mir und Erik. Ich habe den Generator fertig. Oh, das ist ja da. Da, da, da. Häng mich nicht auf, Digga. Lass mich an. Scheiße, scheiße, scheiße. Okay, easy. Bleib, Bruder. Was ist los mit dir, Junge? Oh, das sind keine Paletten. Hey, das ist ja da. Hast du es geschafft? Direkt hinter mir. Ja, ich sehe es. Guck mal. Gib dem Jalis. Ich bin am Generator dran. Okay, Digga. Mich bei Check. Du willst nicht, ja. Man, Chat, ihr seid schuld. Nein. Ja, klar, Mann. Ja, klar, Digga. Ja, häng mich auf. Was ein Stress, Leute. Ich küsse euer Nacken. Dankeschön.